ab neun leute und herzlich willkommen zu diesem video um was wir im hintergrund sieht ich spiele gerade wort oder tour und wenn ihr mehr davon sehen möchte könnt ihr natürlich ein abo da lassen und ja leichter lassen so erst mal weiter mit dem gameplay video um das ist ja gerade wort wo du ich spiele gerade auf eine map ich weiß jetzt auf polpoeter druck keine ahnung um eigentlich eine spiele spiele gerade hier sei vor der schützt die abgabe und dachte mir noch spiel und wenn ihr mehr davon sehen möchtet könnt ihr natürlich ein abo da lassen lassen da und drückt auf die glocke um keine videos zu verpassen und werden wir auch noch die 100 abos erreichen weil ich mache die videos alles aus spaß also ich habe so viel freude daran und und möchte dass ihr die freunde auch die freunde auch an euren freunden teilt also könnt ihr natürlich ein abo da lassen und teilt mit euren teilen weil sonst kommt ja die deutsche armee zu euch und das wird dann brenzlig nein 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 aber wie gesagt leute lasst ein abo da und was sagt ihr leute schaffen wir die 100 abos oder nicht schreibt den in die kommentare lass es mich wissen und jetzt go erstmal mit dem gameplay er sagt sowieso mit dem gameplay so ich hab ja schon mal drei killstreaks ich benutze erstmal hier den bomber flächenbombardierung gestartet von wo kommt er eigentlich oh nein ha ha ich hab den dritten umgebracht ha 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 so leute jack melot im anflug angriff auf das ziel boah jetzt die bombe mega die map ist schon richtig groß leute die größe variiert d da hier könnt ihr noch mal schön die die schöne das schön das schönste werk ein schönes haus geil oder okay ich will nicht wissen warum hier im panzer durchgefahren ist dankeschön natürlich schön ist auch geliebend gern an keine munition mehr Pistolen action Jagtpilop Lenkbombe ist bereit. Lenkbombe ist gelassen. Luftabwehrgeschosse abgefeuert. Sichern den Himmel. Jagtflieger ist bereit. Bitte Angriff anfordern. So. Drei Vorräte kommen. Nachschub ausschmecken und dann weiter angreifen. Huiau. No Scout. Ura. Unsere Jagdmaschine greift an. Stürmt weiter vor. Feindlichen Flammenwerfer gesichtet. In Deckung am nächsten bereit. Feindlicher Artilleriebeschuss. In Deckung. Lenkbombe war abgeworfen. Oh. Feindliches Flachfeuer. Au. Ey. Wow. Okay. Die feiern hier schon das Fest. Ist das unsere? Oder? Oh nein. Warum? Vorräte unterwegs. Schützt die Abrufzone. Wie mehr Waffe wie feuert. Zielposition bestätigt. So Leute. Sieh. Naja gut. Das war gute Arbeit heute. Holt ihr was zu essen und ruht dich aus. Holt ihr was zu essen und ruht dich aus. Okay. Ich habe einen glaube ich mit dem C4 gekillt. Ja doch. Okay. Der dreht. So schnell startete. Man drückt ihn so runter. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Teilt es mit euren Freunden. Und versucht die 100 Abos noch zu erreichen. Also gesagt, meine 100 Abos. Das wäre nett von euch. Haut rein und ciao. Abonniert meinen Kanal. Mal. Ben. Ja. 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 Ich hab.